Deadlift. Deadlift ist eine unserer wichtigsten Übungen, um allgemein Kraft aufzubauen. Die Übung trainiert eure komplette Körperrückseite, gleichzeitig auch eure Beine insgesamt. Ist auch eine schöne Übung für den Rumpf, für die Rumpfstabilität. Wenn ihr euch das vorstellt, zieht die Stange hier wie vom Athleten gezeigt, nach oben muss euer Körper, dadurch dass das Gewicht vom Boden angehoben wird, einer Beugung widerstehen und ihr müsst das alles sauber gerade halten, was sich wiederum auf eure Fähigkeit überträgt, den Rumpf insgesamt stabil in guten Positionen zu halten. Bei der Ausführung stellt euch einfach so Hüft schulterbreit hin, die Füße zeigen vielleicht etwas nach außen. Wichtig ist, dass ihr komplett Kontakt habt mit den Füßen, also aus dem ganzen Fuß drückt und auch die Stange sehr sehr nah am Körper führt und die Bewegung beendet und euch dabei nicht überstreckt, sondern den Arsch gegen die Stange anspannt.